Darf ich vorstellen? Das ist der WK GartenQ. Dieses kleine Raumwunder ist eine echte Innovation. In diesem kompakten und modernen Gartenhaus steckt jede Menge Platz. Der Clou am WK GartenQ ist sein funktioneller Innenraum. Mit seinem modularen Aufbau erinnert er an einen Kleiderschrank, denn alle Fächer und alle Fachböden sind individuell einstellbar. So können Sie dieses Gartenhaus ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Ansprüchen anpassen. Egal ob Rasenmäher, Laubgebläse, Werkzeuge, Garten oder Spielgeräte, hier findet alles seinen Platz. Da die Begehbarkeit nach außen verlegt wurde, kann jeder Kubikzentimeter des Innenraums zur Lagerung genutzt werden. So ist der WK GartenQ mit seinen kompakten Außenmaßen auch oder gerade für kleine Gärten und Dachterrassen geeignet, denn in ihm können Sie viermal so viel verstauen, wie in einem vergleichbar großen Gartenhaus. Zusätzlich ist der WK GartenQ mit seinen klaren Linien, seinem elegant zeitlosen Design und den Farbvarianten in Natur, Schwedenrot-Weiß, Grau-Weiß und Anthrazit-Weiß ein echter Blickfang in Ihrem Garten. Alle diese Qualitäten machen den GartenQ zu dem, was er wirklich ist. Zu Ihrem neuen, rundum perfekten Gartenhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017